Hallöchen, liebe Disney Dreamlight Valley Freunde, wie schon fast vermutet, ist um 18 Uhr dann doch noch etwas erschienen. Jetzt habe ich mich schnell nochmal hingesetzt und werde das natürlich mit euch aufnehmen. Und zwar gibt es auf Twitter ein neues Posting und so schaut das Ganze nämlich aus. Wir haben hier das neue Bild, was kommen wird, mit folgendem Text. Alles Gute zum einjährigen Jubiläum. Feiern Sie mit uns und bereiten Sie Ihre Täler auf zwei neue, besondere Gäste vor, die noch diesen Monat vorbeischauen werden. Belle und Biest besuchen Disney Dreamlight Valley in unserem kommenden Enchanted Adventure Abenteuer. Leider gibt es kein Datum, aber es wird im Englischen steht later this month, also später diesen Monat. Wir haben heute im Stream per Zufall gesehen, dass der Shop witzigerweise erst in acht Tagen aktualisiert wird. Da ist jetzt die Frage, ist das ein Bug oder wird das wirklich in acht Tagen soweit sein? Natürlich haben wir jetzt viele damit gerechnet, dass heute der 6.9., wo halt das einjährige Jubiläum auch stattfindet, dass dort das Update erscheinen wird. Ich glaube, da sind jetzt einige ein bisschen enttäuscht und traurig darüber. Nichtsdestotrotz, hätte ich gesagt, nehmen wir uns mal dieses Bild hier genauer unter die Lupe. Also, wir fangen mal in der Mitte an. Wir haben das Biest und wir haben Belle, ein fliegendes Buch und der Charakter schaut anders aus. Im Hintergrund sehen wir einen See, einen Wasserfall und das Schloss. Das Ganze schaut mir sehr nach dem Sumpfgebiet aus. Hier haben wir Wally mit ein paar schmetterligen Rosen, vielleicht kriegen wir neue Blümchen. Und hier auf diesen Pilzen sitzt ein Papagei mit Piratenhut. Das wird schon so ein Hint auf etwas sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Vermutungen sind. Hier im Hintergrund sehen wir ein wunderschönes Schloss. Da frage ich mich, ob das ein neuer kosmetischer Skin sein wird oder ob das das Haus von Belle und dem Biest sein wird. Schreibt mir da auch gerne mal eure Vermutungen. Dann sehe ich hier, das schaut mir doch nach einem neuen Pfad aus. Die Stiefel kennen wir. Ich glaube, den Rock und die Bluse auch, aber das Jackal ist, glaube ich, neu. Und, jetzt muss ich nur schauen, ich verdecke euch mit meiner Cam eh nichts. Wir sehen hier Mutter Goffel mit einem Elixier, ein paar Kürbisse im Hintergrund. Ein definitiv neues Item, vielleicht aus dem neuen Sternenpfad, der uns dann erwarten wird. Und hier einen wasserspeienden irgendwas, was auch immer das darstellen sollte. Vielleicht weiß das ja jemand von euch irgendwie wie so ein Drache-Echse, irgend so etwas. Und ich weiß nicht, was mit diesem Kringeling-Ding sie auf sich hat. Aber ich glaube, wir haben jetzt nichts übersehen. Wir sehen hier auch noch das Baumhaus von Mutter Goffel. Ich schaue jetzt noch mal. Ich versuche, alles abzuscannen. Sollte ich etwas übersehen haben, schreibt es mir natürlich immer gerne in die Kommentare. Und ja, das war das Bild im Detail. Und wie gesagt, im Englischen steht later this month. Also, das kann jetzt vieles heißen. Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Das kann jetzt heißen in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen. I don't know. Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, aber ist jetzt nur meine Vermutung, dass es diese Woche, also ich nehme das Video am 6.9. auf, ich glaube, dass diese Woche nichts mehr kommen wird. Aber auch ich darf mich mal irren. Ich würde es natürlich allen wünschen, aber ich vermute frühestens nächste Woche, wenn die jetzt sagen later this month. Weil ich denke mir, wenn sie das jetzt raus posten, dann, und das Update morgen oder übermorgen kommen würde, dann würde ja stehen tomorrow. Deshalb vermute ich mal frühestens nächste Woche. Normalerweise ist ja immer Mittwoch der Update-Tag in Disney Dreamlight Valley. 15 Uhr meistens unsere Zeit gibt es immer das Update. Deshalb würde es mich, wie gesagt, sehr wundern. Schreibt mir aber gerne mal eure Vermutungen, Spekulationen und was auch immer euch hier noch aufgefallen ist in diesem Bild in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Wenigstens haben wir jetzt ein kleines irgendetwas seitens Disney bekommen zum einjährigen Jubiläum. Wie gesagt, ich habe das im Stream vorhin auch schon erwähnt. ich finde, gerade bei den letzten zwei Updates war das Marketing-mäßig ein bisschen war da wohl ein bisschen der Hund drinnen. Und ich habe es dann ein bisschen schade gefunden, dass die halt zum Einjährigen nichts raus haben, aber jetzt haben sie eh noch was rausgehauen. Happy One-Year-Anniversary. Genau, also da hätte man vielleicht das ein bisschen besser promoten können, aber das ist wie gesagt nur meine Ansicht der Dinge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Schreibt mir gerne eure Vermutungen, Spekulationen und Spekulatius in die Kommentare. Wir sehen uns spätestens ab Montag wieder. Da bin ich wieder zurück. Genau. Seid fleißig am Suchten. Richtet euch schon eure Wellis her. Schaut, dass ihr genug Geld habt, dass ihr noch irgendwelche, falls ihr noch nicht alle Quests abgeschlossen habt, dass ihr die abschließt und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss.